Hallo zusammen, mein Name ist Adrian Lehmann, ich bin Schweizer Profi Marathon Läufer. Am 20. März komme ich euch im Worglaufer besuchen und bietet euch zusammen einen Running Workshop an. Und zwar möchte ich euch eine Theorie vermitteln, auf was man speziell im Laufenden schauen muss, dass man effizient trainiert, dass man sich mit einem geringen Zeitaufwand verbessern kann und schlussendlich wollen wir einen Praxisteil aus ein paar Übungen machen, um das umzusetzen. Selbstverständlich ist dieser Kurs für jedes Leistungsniveau bedenkt und er fordert also keine grossen Vorkenntnisse oder Fitnessverstandes. Es wäre einfach schön, wenn ihr mich anmeldet, wenn ihr beim Coinen schauen könnt und ich hoffe, dass ich mich für den Laufsport begeistern kann. Bis bald! 5. R ou R oder Spendier 5. R heraus4bet 5. Raus Cuной 8. Raus Cu 뛰